Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Heiko Spindler. Ja, nette Anmoderation, genau. Genau. Ich bin Freelancer. Ja, ich komme aus dem Java-JE-Umfeld, habe da viele Projekte gemacht und ja, vieles andere. Insofern, ja, JavaScript auch einiges gemacht. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen wieder zurückkomme. Ja, und wir werden es am Ende des Vortrags sehen. Da ist ein Thema, was mir, wo mir relativ viel am Herzen liegt, das ist simulierte Evolution. Ich hoffe, wir haben die Zeit dazu. Und insofern, das habe ich mich vor Jahren schon mit beschäftigt und ich habe das Gefühl, ich komme da so ein bisschen mit zurück zu meinen Anfängen. Aber auch in einigen Projekten habe ich jetzt im Nachhinein erst festgestellt, eigentlich Big Data, Machine Learning war da eigentlich ein ganz zentraler Punkt. Man hat das vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht so, gar nicht so festgestellt. Also vor zwei, drei Jahren war ich in einem Projekt bei einer großen Bank in Frankfurt und das war ganz spannend. Also was die da für mathematische Modelle gemacht haben in dem Projekt, um ja, ich sage mal Baskets, Portfolios von Wertpapieren zu analysieren in die Vergangenheit, in die Zukunft und wie viele Leute damit beschäftigt waren, das von Hand alles zu entwickeln. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt gerade anfangen, diese ganzen Werkzeuge, die man sich früher selber gebaut hat, dass die jetzt in solchen Produkten wie zum Beispiel Spark, wie zum Beispiel Flink und in vielen anderen Frameworks und Toolsuiten jetzt sozusagen zur Verfügung stehen, dass man loslegen kann. Deshalb, kleine Einführung, Apache Spark, wer kennt Spark gar nicht? Traut sich jetzt gar niemand zu melden. Also ich denke gehört haben das die meisten schon. Ich habe zwei, drei Slides, da würde ich ganz gern ganz schnell durchgehen, will sie damit gar nicht langweilen und dann möchte ich einsteigen. Insofern ist das vom Programm, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob es Absicht war. Auf jeden Fall passt das ganz gut. Eben der tolle Vortrag, den wir da vorgesehen haben, der so diese Vision aufgespannt hat mit den ganzen neuronalen Netzen und Topologien. Also ich fand den unheimlich spannend. Ich denke, jetzt können wir so einen Schritt weiter Richtung Praxis gehen und das vielleicht ein bisschen konkreter machen. Das will ich versuchen, dass wir das hinbekommen. Insofern ganz kurze, ganz kurze Einleitung in Spark. Die meisten kennen es. Ja, was Hadoop sozusagen als Idee schon reingebracht hat, verteiltes Rechnen mit großen Datenmengen. Apache Spark macht das einen Schritt anders, versucht das in Memory zu machen, performanter zu machen, schneller zu machen, verteiltes Rechnen auf großen Datenbeständen. Ich denke, ganz spannend ist, gerade jetzt im Sommer, Juli ist ja Version 2 rausgekommen, released worden. Da hat sich wieder einiges geändert. Also im Moment stelle ich fest, dass viele meiner alten Beispiele, da muss man noch mal ein bisschen dran drehen, anpassen. Also die API ist einfach sehr volatil, denke ich noch. Und da ändert sich einfach einiges. Ja, hier nochmal so die wichtigsten Punkte. Verteiltes Rechnen, Speed, Ease of Use, Distribution. Das sind eigentlich die wesentlichen Punkte. Ich kann verteilt rechnen. Ich definiere meinen Algorithmen und kann die dann auf so ein Cluster draufwerfen und kriege dann meine Ergebnisse zurück. Das ist wirklich eine der Stärken und in Memory. Implementiert in Scala. Das denke ich, wissen die meisten auch von Ihnen. Aber die APIs sind in Scala, Python, Java verfügbar. R ist jetzt auch relativ neu dazugekommen. Und wenn man natürlich sozusagen die wirkliche Power benutzen möchte, alle Features nutzen möchte, kommt man, denke ich, um Scala nicht wirklich drum herum. Ich versuche es immer noch relativ viel mit Java zu machen. Und man kommt da auch recht weit, aber es gibt immer wieder irgendwo mal Stellen, wo das einfach nicht verfügbar ist. Also zum Beispiel, wenn man mit Graphen arbeiten möchte, ist das im Moment in Java nicht verfügbar. Und genauso gibt es immer mal wieder hier und da ein paar Einschränkungen. Aber die versuchen, das nachzuziehen und es wird besser und besser. Ja, das haben Sie bestimmt auch schon alle gesehen. Im Wesentlichen die großen Building Blocks von Spark, die sozusagen das Produkt ausmachen. Und wir werden uns natürlich heute hier in diesem Machine Learning Teil tummeln und werden uns damit beschäftigen. Und Streaming ist vielleicht jetzt nicht einer der Schwerpunkte von Spark. Das ist auch ein bisschen besser geworden. Aber wenn Sie da natürlich Ihren Schwerpunkt sehen und das ganz besonders intensiv nutzen wollen, gibt es natürlich auch andere Produkte. Das Flink habe ich vorhin erwähnt, ist ja vielleicht auch ganz spannend, weil es sozusagen im Wesentlichen in Deutschland entwickelt wird. Also wer Streaming machen möchte und da sozusagen seinen Kern sieht, der findet eben auch andere Produkte. Hat dann vielleicht den Nachteil, dass man im Machine Learning Bereich sehr viel mehr selber machen muss. Ja, da gibt es da einfach weniger. Insofern muss man da sicherlich schauen, was das Richtige für einen ist. Ja, was ist denn Machine Learning eigentlich? Ich habe diese Definition gefunden und ich finde die eigentlich auch ganz gut. Wir benutzen Daten, um sozusagen Zusammenhänge zu lernen, um sozusagen Vorhersagen für die Zukunft zu machen. Das ist eigentlich eine Definition, die relativ einfach ist, die vielleicht auch ein bisschen schwammig ist, die finde aber das Ganze noch noch ganz gut auf den Punkt bringt. Ja, wir wollen Zusammenhänge in Daten untersuchen und damit Vorhersagen für die Zukunft zu machen. Ja, wie sieht Machine Learning so im Prozess aus? Ja, wir haben jetzt vorhin ganz viele neuronale Netze gesehen, wie kann ich das aber noch ein bisschen konkreter machen im Unternehmen? Wie kann ich das anwenden? Weil es ist ja toll, wenn ich ein neuronales Netz habe, aber irgendein Business Value möchte ich damit ja hinterher heben, möchte ich gewinnen. Und typischerweise ist der Prozess so, also man hat irgendwelche Trainingsdaten, mit denen, ja, dann nehme ich mir irgendeinen Algorithmus oder ich definiere mal ein Netzwerk einer bestimmten Topologie, einer bestimmten Größe, wie wir so vorhin im Vortrag davor auch gesehen haben. Und würde mir dann, ja, mit dem Algorithmus, vielleicht ein neuronales Netz, vielleicht auch was anderes, ein Modell erzeugen, würde das trainieren, würde das mit diesen Trainingsdaten füttern und würde dann eben dieses Modell erzeugen. So, das ist die Trainingsphase, aber jetzt kommen natürlich irgendwann neue Daten rein, ja, neue Nachrichten kommen rein, die ich damit vielleicht klassifizieren möchte, einordnen möchte. Und möchte sozusagen schauen, wie verhält sich das Modell, wenn ich das mit diesen neuen Daten füttere, um Vorhersagen zu treffen für Daten, die jetzt neu sind und anders sind. Und das ist sozusagen der zweite Strang, ja, ich nehme dann dieses Modell, bringe das sozusagen aus der Trainings-, aus der Definitionsphase in eine Produktionsphase, wo ich das wirklich nutzen möchte, die Informationen, die da drin stecken, und stecke dann neue Daten rein. Und das wäre dann sozusagen hier, man könnte das jetzt Produktionsphase nennen, wo dann das Modell angewendet wird und Vorhersagen macht auf Daten, die es eben vorher nicht gekannt hat, auf irgendwas Neues. Ja, das denke ich in den meisten Fällen genau dieses Beispiel, was dann im Unternehmen angewendet wird. Ja, wenn man sich Apache Spark anschaut und da sozusagen man sich eine Liste anschaut, welche Lernalgorithmen da sozusagen alle drin sind, ja, bitte Sie brauchen das nicht alles zu lesen, ich wollte Sie im Grunde einfach nur mal ein bisschen schocken mit der Folie. Ich habe noch eine andere, da ist so ein Mindmap drauf, wo das Ganze ein bisschen klassifiziert ist, kann man noch besser oder noch schlechter lesen, kann man sie noch besser mit verwirren. Also, was ich mit der Folie sagen möchte, wir haben in Apache Spark einen riesen Baukasten an Algorithmen, die sozusagen direkt eingebaut sind, die ich nutzen kann. Und viele dieser Algorithmen kann ich auch noch über Parameter customisen, kann vielleicht die interne Berechnung sozusagen noch umstellen auf verschiedene Varianten. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass man nicht den richtigen passenden Algorithmus findet, sondern den auszusuchen, ja, für seine konkrete Aufgabenstellung einen adäquaten Algorithmus zu finden, sodass ich den wirklich nutzbringend einsetzen kann. Ich glaube, das ist die Herausforderung, der man sozusagen sich stellen muss. Ich habe hier mal ein ganz einfaches Beispiel, ja, also wer mit Spark und den Algorithmen gearbeitet hat, der findet das vielleicht ein bisschen langweilig, aber dass man das mal sieht, ja, wie kann ich das mit Spark und hier habe ich jetzt Java mal genommen als Sprache. Ich habe irgendwelche Daten, ja, die werden eingelesen, kann man das sehen, den Pointer, die werden hier oben eingelesen, ich bereite mir die auf und als nächstes möchte ich darauf einen Cluster-Algorithmus loslassen, hier einen K-Means-Algorithmus und stecke die Daten da rein. Ich definiere noch, wie viel Cluster möchte ich haben, wie lange soll der rechnen, kann ich über die Iterationen steuern und danach habe ich ein Cluster-Modell, ja, sieht man hier hinten. Und basierend auf den Daten wird er mir die entsprechenden Cluster-Punkte erzeugen und die in dem Modell ablegen, sodass ich damit neue Daten darauf loslassen kann. Insofern, Sie sehen von der API her relativ leicht, ja, das ist ganz, ganz einfach sozusagen anzuwenden, wenn man sich ein bisschen in der Spark-Thematik auskennt, in den APIs, dann ist das sozusagen sehr, sehr einfach, das auf neue Daten loszulassen und sich solche Modelle anzuwenden. Hier sind im Grunde nochmal die Ausgaben, ja, Sie sehen auch hier in dem Beispiel ganz, ganz primitive Daten und dann kommt natürlich auch entsprechende Cluster-Werte raus, ja, also das ist nichts Spannendes an der Stelle, aber es ist unheimlich leicht loszulegen damit und zu starten. Ja, das kam ja auch in dem Vortrag vorhin ganz gut rüber, die Daten liegen natürlich in den meisten Fällen nicht genauso vor, wie Sie das brauchen, ja, dass Sie die direkt in so einen Algorithmus reinstecken können, sondern Sie müssen die Daten verändern, Sie müssen die bereinigen, Sie müssen die zusammenführen, Sie müssen solche Feature-Vektoren vielleicht bauen und dazu gibt es in Spark eben auch eine ganze Menge von, ja, vorgefertigten, die nennen das Transformers, die man sozusagen wie in so einer Lego-Art und Weise zusammenstecken kann. Ich habe hier mal eine Liste, das sind glaube ich die meisten, es gibt noch ein paar mehr aufgelistet, ja, also da gibt es Tokenizer, die dann sozusagen Wörter auseinandernehmen, es gibt einen SQL-Transformer, mit dem ich so eine SQL-Sprache benutzen kann, um meine Daten entsprechend so zusammenzubauen, wie ich das möchte. Es gibt Normalizer, MinMax und sonstige mathematische Verfahren, um meine Vektoren zu normalisieren. Und das heißt, ich habe hier relativ, das sind alles für sich genommen natürlich, relativ leichte, einfache Schritte, die könnte ich auch selber programmieren. Aber ich habe die sozusagen hier vorgefertigt und ich kann die in Pipelines zusammenstecken und kann dann mit solchen kompletten Arbeitsworkflows mir zusammen definieren, mit dem entsprechenden Lernalgorithmus. Ja, wie sieht das dann schematisch aus? Also das ist jetzt eine Grafik, wie sie auch in der Spark-Doku zu sehen ist, die macht das aber, denke ich, die bringt das ganz schön auf den Punkt. Sie haben vielleicht einen Text, den wollen Sie sozusagen zerlegen in seine Wörter, da könnte man so einen Tokenizer benutzen. Dann haben Sie einen Hashing-Algorithmus, der dann die Wörter auf irgendwelche numerischen Werte runter bricht. Und danach haben Sie dann eben einen Lernalgorithmus, Logistic Regression, der Ihnen ein entsprechendes Modell erzeugt, auf Grundlage dieser Daten. Und diesen ganzen Workflow, den kann man eben mit solchen Pipeline-Mechanismen und mit diesen Transformern, die wir eben gesehen haben, und auch den entsprechenden Modellen sozusagen einfach zusammenstecken. Das heißt, hier hätten wir jetzt auch wieder das Beispiel dieser Trainingsphase. Es käme raus ein Modell für logistische Regression, wo sozusagen das Wissen drinsteckt aus den Daten, die schon da sind. Und dann käme eben auch wieder der zweite Schritt, dass man diese komplette Pipeline nimmt und mit neuen Daten füttert. Das wird dann auch wieder der, ich habe es mal Production-Phase genannt, wo man dann auch wieder diese Werte reinsteckt und das Modell anwendet und Vorhersagen mit neuen Werten macht. Und genau das können Sie eben mit Spark machen. Ich habe auch hier wieder ein kleines Beispiel. Sie sehen jetzt hier auch wieder die API, wie Sie die entsprechenden Transformer und Modelle erzeugen und mit Parametern bestücken, so wie Sie das vielleicht brauchen. Und dann der nächste Schritt ist eben, dass ich das Ganze in so eine Pipeline reinpacke. Hier sehen Sie hier Tokenizer, Hashing und den Lernalgorithmus sozusagen selber. Und dann haben Sie die Möglichkeit, diese Pipeline sozusagen komplett zu trainieren. Und alle Schritte werden dann entsprechend ausgeführt. Man sieht hier oben sehr schön, wir haben jetzt natürlich das Beispiel der Daten nicht dabei. Ich komme mal ein bisschen rum, man sieht den Pointer gar nicht. Und wie sozusagen die Spalten meiner Daten, die ich reinstecke, sozusagen verknüpft werden. Wo kommen die bei dem einen Transformer rein, wo laufen die bei dem anderen dann raus. Und das heißt, Sie haben eben hier die Möglichkeit, wirklich solche kompletten Workflows aufzubauen und dann zu trainieren und zu betreiben. Was auch geht, man kann diese Modelle abspeichern und man kann eben die in einer Sprache vielleicht in so einer Experimentierphase benutzen. Mit einer Sprache, man macht das vielleicht mit Python. Die Leute, die sozusagen sich überlegen, welche Modelle passen für mein Problem, speichern dann diese Modelle ab, nehmen die dann in Produktion und da hat man vielleicht eine andere Sprache aus dem Spark-Ökosystem und betreibt dann sozusagen in dieser Produktionsphase das selbe Modell, das gespeichert, geladen wird in die Produktionsphase, dann eben mit zukünftigen oder mit neuen Daten, um solche Vorhersagen zu machen. Ja, das ist ganz lustig, weil das hat der Ulf vorhin auch erwähnt, diesen Datensatz, diese MNSI, Mixed National Institute of Standards and Technology, die haben eben diese Datensätze definiert für Handschriftenerkennung. Kennt den jemand, diesen Datensatz? Ja, doch, ein, zwei, kennen den. Und da gibt es sehr schöne Beispiele, wie man diese Daten direkt nutzen kann und mit Spark sozusagen in die Anwendung bringen kann. Also, wie sieht das aus? Wir wollen handgeschriebene Ziffern erkennen. Ja, hier sind jetzt so ein paar Beispiele. Und zwar haben sich da irgendwie, ich glaube, 500 Studenten hingesetzt und haben wochenlang diese Ziffern auf Papier geschrieben. Die wurden gescannt und man hat damit eben einen Datensatz erzeugt mit 60.000 Daten, weil dieser Trainingsdatenbestand dann aus 50.000 klassifizierten Bildern, Bitmap-Bildern besteht. Und es gibt eben auch einen Testdatensatz, mit dem man sein eigenes Modell, seinen eigenen Trainings, seinen eigenen Algorithmus und den Trainingserfolg testen kann. Die Datensätze oder die Daten gibt es in verschiedenen Formaten und die kann man sich sozusagen einfach beschaffen und einem Algorithmus vorwerfen. Man kann dann den richtigen Algorithmus auswählen und dann mal schauen, was da sozusagen rauskommt. Auf der Webseite sind auch eine ganze Menge verschiedene Vorgehensweisen und die Ergebnisse dokumentiert. Und da sieht man, dass neuronale Netze ganz gut abschneiden oder andere Klassifizierungsverfahren, auch Decision Trees schneiden auch gar nicht so schlecht ab. Und dann ist auch eben die Verlinkung zu den entsprechenden wissenschaftlichen Papers und da kann man sich sozusagen dann mal anschauen, wie die das machen und sozusagen mal überprüfen, wie man da sozusagen selber im Ranking ist. Ja, was ich gemacht habe, ich habe mir das mit dem Multilayer Perceptor Classifier von Spark mal angeschaut. Das ist eine dieser Standardklassen, die schon dabei ist. Das heißt, das ist ein, wenn man es entsprechend konfiguriert, mehrschichtiges neuronales Netz und das eben wunderbar geeignet, um solche Klassifizierungsprobleme zu machen. Und letztendlich haben wir hier ein Klassifizierungsproblem. Wir haben ein Bitmap, ein Bild und wollen das abbilden auf diese erkannten Ziffern. Also was rauskommt, sind dann sozusagen zehn Klassen. Wir wollen Bilder in eine dieser zehn Klassen sozusagen reinsetzen, klassifizieren. Genau, wie liegen die Daten vor? Die sind natürlich schon ein bisschen vorbereitet, die sind gescannt. Wir haben typischerweise solche Pixelbilder, 28x28 Pixel in Graustufen und die Vorbereitung, die schon gemacht wurde von der Forschungsgruppe, die haben die Bilder zentriert. Das heißt, nach dem Scannen waren die vielleicht auch manche an den Rand verschoben. Das heißt, die haben die ein bisschen normiert und entsprechend zentriert. Das sind die Vorbereitungen, die gemacht worden sind. So, was man jetzt bekommt typischerweise, man kriegt solche CSV-Dateien. Da steht vielleicht noch ein Header drin, da steht ein Label drin und ansonsten haben wir für die 28x28 Pixel einfach die Daten hintereinander weg. Und da war hier auf so einer Data-Konferenz, dann habe ich zumindest mal das auf eine Folie draufgeknallt. Also das sind die Rohdaten. Sie sehen oben das Label, also da soll eine 2 drin sein und wer jetzt ganz genau hinschaut, der sieht natürlich in diesen Pixeldaten, hat die 2 natürlich auch schon sofort erkannt, vermute ich mal. Ja, und davon haben wir jetzt eben 50.000 Stück und die wollen wir dem neuronalen Netz vorwerfen. Ja, das heißt, das ist unsere Konfiguration. Das ist unsere Konfiguration. Wir haben 748 Pixel auf der Eingabeschicht, also das sind im Grunde die Pixeldaten direkt eins zu eins als Neuronen abgebildet. Wir könnten zum Beispiel uns überlegen, so eine versteckte Schicht, so eine verdeckte Schicht zu machen mit 800 Neuronen. Aber das war ja vorhin auch eine der Fragen, während der Session davor war, wie kommt man denn auf solche Zahlen, wie kann man sich denn diese Topologie ausdenken? Ich denke, da ist einfach eine ganze Menge Experimentieren auch drin. Es macht wahrscheinlich wenig Sinn hier in diese verdeckte Schicht, wenn man denn nur eine hat, da jetzt vielleicht 10 oder 20 Neuronen reinzutun. Ich glaube, das muss schon ungefähr skalieren mit der Komplexität des Problems. Insofern ist 800 vielleicht keine so schlechte Zahl oder zumindest irgendwo in dieser Größenordnung. Man könnte auch noch weitere verdeckte Neuronenschichten mit einziehen. Auch das ist einfach eine Konfigurationsfrage von diesem Classifier. Und was wir aber auf jeden Fall brauchen, wir müssen irgendwie auf unsere 10 Klassen wieder runtergehen. Und das geht relativ leicht, indem man dann einfach 10 Ausgabeneuronen macht und damit ist eben automatisch zugeordnet, dass jedes dieser Ausgabeneuronen automatisch einer unserer Ziffern entgegensteht. Und damit haben wir die Ausgabe definiert und auch die Topologie von dem neuronalen Netz definiert für so einen Multilayer Perception Classifier, der bei Spark out of the box schon dabei ist. Ich habe das mal laufen lassen, das war hier auf meinem Notebook. Ich habe nicht den kompletten Trainings- und Testdatenbestand genommen. Also er lief jetzt hier 43 Minuten. Ich glaube, es war so ungefähr ein Zehntel, wenn ich mich richtig entsinne. Die Ausgabe hier, da sehen Sie jetzt sozusagen, welche Ziffer hat er erkannt und welche Ziffer sollte es eigentlich sein. Hier auf der Diagonalen sehen wir, dass er zum Glück das meiste erkannt hat. Aber Sie sehen natürlich auch immer wieder eine ganze Menge Fehler, die passiert sind. Dass er eine 7 vorliegen hat und dann eine 2 erkennt, ist irgendwo nachvollziehbar. Das kann man sich sozusagen, das kann man verstehen. Die Gesamtgenauigkeit ist jetzt hier 90 Prozent. Das ist vielleicht noch nicht super gut. Wie gesagt, das ist nicht der komplette Testbestand, den ich jetzt benommen habe, sondern um das einigermaßen auf meinem Notebook machen zu können, ein bisschen reduziert. Ich habe das mal laufen lassen, auch auf einem anderen Rechner. Wenn man den kompletten Testdatenbestand nimmt, ähnliche Topologie, vielleicht noch ein bisschen an den Iterationen, ein bisschen länger das Netz trainieren lassen, kommt man also ohne Probleme, so 97 Prozent ist eigentlich relativ leicht erreichbar, ohne dass man weitere Veränderungen auf den Daten macht. Es gibt, wie gesagt, das Problem ist ja relativ gut verstanden. Es gibt so ein paar Tipps, was man noch machen kann, um die Erkennungsrate noch besser zu machen. Man könnte zum Beispiel die Daten hernehmen, die waren ja sozusagen in Graustufen. Wir hatten 0 bis 250 als Wert für einen Pixel und eine relativ leichte Verbesserung ist, dass man das in Binärdaten umwandelt, dass man nicht sagt, es gibt irgendwie hellgrau, dunkelgrau und irgendwas dazwischen, sondern knallhart 0,1. Da ist ein Pixel oder ist kein Pixel. Also man fährt, anders gesprochen, den Kontrast hoch. Das ist das, was da passiert. Und wer die eine Folie im Kopf hat, einen Binarizer gibt es sozusagen auch als Standard im Spark-Umfeld in der API. Da könnt ihr den einfach noch mit reinhängen und sagen, okay, ich möchte meine Grauwerte auf Pixel runterbrechen. Dann ist das ein weiterer Schritt in dieser Berechnung und dann kommt man, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, kommt man so ungefähr runter auf 2,5 Prozent. Und so könnte man sich jetzt noch ein paar weitere Schritte überlegen und diese komplette Pipeline, diesen kompletten Prozess verbessern und noch genauer zu machen. Zum Vergleich, die besten Lösungen, die für dieses Problem im Moment so im Raum stehen, die kommen so auf Erkennungs- oder auf Fehlerraten von 0,3. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Aber ich war ehrlich gesagt beeindruckt, wie schnell und wie weit man kommt mit den Standardmitteln, die da schon dabei sind, ohne dass man jetzt wirklich versucht, das Letzte da rauszuholen. Und es geht wirklich relativ schnell. Also wer möchte, wir können uns auch gerne den Source-Code dann nochmal anschauen. Ich bin heute und morgen hier und dann gibt es ja noch einen Workshop am Freitag, wo wir uns das Beispiel dann auch nochmal ein bisschen genauer anschauen werden. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Viertelstunde noch, genau. Dann fangen wir auf jeden Fall mit dem nächsten Thema nochmal an. Ein paar Links habe ich Ihnen auch noch in die Folien reingeschmissen. Und ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein bisschen, fühle ich mich, dass ich jetzt mit diesem Big-Data-Team wieder so ein bisschen zu meinen Wurzeln zurückkomme. Also ich habe meine Diplomarbeit über das Thema simulierte Evolution geschrieben und finde das eigentlich ganz spannend, dass jetzt neuronale Netze und viele andere Lernalgorithmen wieder, ja, oder jetzt so eine große Bedeutung erlangen. Und ich finde eigentlich simulierte Evolution gehört wunderbar in dieses Thema mit rein. Und man kann damit wirklich erstaunliche Probleme lösen. Ich habe darüber auch schon öfter mal andere Talks gehalten. Also man kann damit auch Programme erzeugen, das geht wunderbar. Wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, können wir uns dann auch nochmal anschauen. Ich möchte hier das Thema zumindest kurz anreißen. Wer kennt das Thema simulierte Evolution, genetische Algorithmen? Ja, doch. Der ein oder andere kennt es schon. Also dass es Evolution gibt, denke ich, ist Schulstoff. Das ist auf jeden Fall jedem klar. Wer kennt denn ein Beispiel von simulierter Evolution? Wo findet das denn in unserem täglichen Leben statt? oder künstliche Evolution? Ja, bitte. Ja, gutes Beispiel. Also wo simulierte Evolution auch angewendet wird, Raumbelegung, Raumplanung habe ich es auch schon gesehen. Und gerade letzte Woche habe ich einen interessanten Vortrag gesehen, wo das benutzt wird, um, ich sage jetzt mal, GUIs zu testen. Ja, also Software, Softwareoberflächen zu testen. Also da gibt es immer wieder interessante Sachen. Das Spannende bei dem Projekt ist, die wollen das Open Source stellen, aber den Teil simulierte Evolution wollen sie nicht Open Source machen, weil da ihr Know-how, ihr Geschäftsmodell drin steckt. Und da haben sie offensichtlich viel Zeit rein investiert. Aber eigentlich umgibt uns sozusagen Evolution überall. Ja, ich mache dann immer ganz gerne die Folie hier auf. Ja, das ist ein Handyhersteller. Ja, war vielleicht auch ein Smartphonehersteller. Ja, also da oben steht der Name noch Nokia. Der eine oder andere erkennt das und erinnert sich vielleicht noch. Ja, also letztendlich auch so eine technische Evolution gibt es. Ja, überlegen Sie sich mal, wie viele Handys und Smartphones Sie in den vergangenen Jahren hatten, welche Features da nach und nach dazugekommen sind. Ja, also es findet eine Selektion statt. Ja, Sie entscheiden, welches Smartphone Sie benutzen wollen und welches nicht. Irgendwann selektieren Sie eins aus. Sie schmeißen nämlich Ihr altes weg. Und die Hersteller denken sich immer wieder neue Kombinationen, neue Features aus und bringen die in den Markt und experimentieren sozusagen mit diesen Features. Das Traurige hier ist natürlich, da ist jetzt sozusagen der ganze Hersteller ausselektiert worden. Ja, also offensichtlich haben die sich ein bisschen verrannt mit ihren Features, mit ihren Produkten. Vielleicht haben sie auch zu viele auf den Markt gebracht. Ja, als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ist ja Wahnsinn. Also insofern Evolution umgibt uns und wir haben ja eben schon gehört, es gibt auch ganz konkrete Einsatzzwecke, wo man simulierte Evolution als Problemlösungs- oder Optimierungsalgorithmus benutzt. Und ich denke, es passt eben wunderbar auch in so eine Machine Learning und Big Data Welt rein. Vielleicht noch ganz kurz vorneweg, also simulierte Evolution gibt es nicht als Standardalgorithmus in Apache Spark drinne. Aber der Algorithmus ist relativ leicht selber zu entwickeln. Das ist kein Hexenwerk und wir werden uns auch gleich ein bisschen was anschauen, wie das zumindest prinzipiell geht. Denn was man braucht für so etwas wie simulierte Evolution, ist im Wesentlichen dasselbe, was man auch für eine natürliche Evolution braucht. Man braucht irgendwie Veränderung, man braucht Selektion und wenn man das sozusagen iteriert über nicht nur ein, zwei oder zehn oder 20 Iterationen, sondern vielleicht über Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Iterationen, dann kommt da irgendwas Vernünftiges raus. Und was eben noch dazu kommt, dass man diese Veränderung sozusagen abbildet. Mutation, denke ich, kennen Sie alle, da wird punktuell etwas verändert. Und es gibt natürlich auch so etwas wie sexuelle Rekombination. Das heißt, man nimmt zwei gute Lösungen und schmeißt die zusammen, erzeugt daraus sozusagen was Besseres. Und was da spannend ist, also alle Lebewesen, selbst Pflanzen, alle Tiere machen diesen Aufwand der sexuellen Rekombination. Also die Natur macht relativ wenig, umsonst oder vergebens, irgendeinen tieferen Sinn hat das, dass das scheint irgendwas zu bringen. Und es führt wirklich zu besseren Ergebnissen. Das sind eigentlich nur die bekannten Operationen dieser Veränderung. Die Natur macht dann noch ganz andere Sachen. Da werden Genstränge genommen, die werden einfach umgedreht und wieder reinkopiert. Also eigentlich haarsträubende Sachen, die da passieren. Wenn man das mal überlegt, was das bedeutet, wenn das mit dem eigenen Source Code passieren würde. Sie schneiden irgendwo ein Stück raus, drehen das rum, kopieren das wieder rein oder ändern irgendwo einfach wild zufällig ein Zeichen. Oder nehmen zwei Programme, schneiden die in der Mitte auf und kopieren die über Kreuz und lassen die wieder ablaufen. Also kann einem Angst und Bange werden, beziehungsweise wahrscheinlich in den meisten Fällen passiert dann einfach nichts. Exception, Ende Gelände. Aber die Natur macht das sozusagen tagtäglich. Ja, wie ist dieser Prozess simulierte Evolution? Ich habe den hier mal so ganz grob auf die Folie geschmissen. Und ja, letztendlich kann man den fast hernehmen und kann den dann auch so runterprogrammieren. Ja, das ist wie gesagt nicht kompliziert. Man erzeugt eine Startpopulation. Ja, sie nehmen sich vielleicht 100 Lösungen für ihr Problem. Ja, wir schauen uns auch gleich an, wie das für ein konkretes, einfaches Problem, wie man das machen kann. Ja, sie erzeugen sich 100 Lösungen zufällig. Sie schmeißen hier einen Zufallsgenerator an. Auch da wieder, ja. Machen Sie sich mal Gedanken, sie schmeißen einen Zufallsgenerator an, der zufällig ein Softwareprogramm erzeugen würde. Ja. Wegen mir zufällige Zeichen. Wegen mir können wir die Komplexität ein bisschen reduzieren. Da stehen zumindest schon mal Befehle dieser Sprache drin. Aber selbst dann wird das Schwachsinn sein. Ja, dann simulieren Sie diese Lösungen, also letztendlich müssen Sie die bewerten. Bei einem Programm wäre das, Sie lassen das vielleicht laufen und gucken, was passiert. Und dann bewerten Sie die vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, nachsichtig. Ja, die Programme, die ein bisschen länger laufen, sind vielleicht schon mal ein bisschen besser als die, die sofort abstürzen. Ja, so eine Bewertungsfunktion brauchen Sie. Sie bewerten dann diese Lösungen. Ja, das kann ganz unterschiedlich sein. Wie dann sozusagen, also was macht ein gutes Programm aus? Was macht eine gute Lösung aus? Was macht eine etwas schlechtere Lösung aus? Was ist vielleicht eine ganz schlechte? Welche schmeiße ich sofort weg? Und dann haben Sie hier die Entscheidung, habe ich sozusagen eine Lösung gefunden, die gut genug ist, die ausreicht für mich? Dann kann ich sozusagen aufhören oder ich gehe sozusagen zurück in die nächste Generation und da wende ich eben genau diese Mutation, Crossing-Over, Inversion. Ja, Sie verändern sozusagen Ihre Lösung zufällig. Und das lassen Sie ablaufen und dann kommen erstaunlich schnell, erstaunlich effizient gute Lösungen raus. Sie haben keine Garantie, dass Sie die beste finden, aber Sie kriegen mit erstaunlicher Häufigkeit gute Lösungen raus, die funktionieren, die pragmatisch sind. Und jetzt nehmen wir uns vielleicht noch die ein, zwei, drei Minuten und übertragen das mal sozusagen. Biologische Evolution, ja, wir haben sowas wie Lebewesen, wir haben Gene, wir haben das Leben eines Lebewesens, wir haben Mutationen. Hier habe ich das schon mal für das Künstliche gemacht, ja, wir könnten mal das in der künstlichen Evolution sehen, ja, das ist ein Lösungsversuch. Und wir könnten das jetzt mal hier runterbrechen auf TSP, Travelling Salesman Problem. Zugegeben, das kann man analytisch lösen, ja, das muss man nicht mit simulierter Evolution machen, aber jetzt sozusagen als einfaches Beispiel können wir das mal machen. Also Travelling Salesman Problem sagt allen was, Problem des Handlungsreisenden, ja, Sie haben 100 Städte, Sie wollen alle diese Städte einmal besuchen und Sie wollen den kürzesten Weg rauskriegen. Ein Optimierungsproblem, um den kürzesten Weg zu finden, in welcher Reihenfolge besuche ich diese Städte. Was wäre ein Lösungsversuch in diesem Travelling Salesman Problem? Genau, also eine dieser, richtig, eine Rundreise, zufällig erzeugt, genau. Jetzt kann man da ein bisschen überlegen, mache ich sozusagen, sorge ich dafür, dass jede Stadt dann nur einmal vorkommt? Oder ist das schon Teil der Optimierung, dass das sozusagen eine gültige Rundreise ist? Da kann man es dem Algorithmus dann ein bisschen leichter machen. Was wäre ein Gen oder eine Eigenschaft in diesem Problem? Wäre sozusagen das Besuchen einer Stadt, oder ein Index innerhalb dieser Reihenfolge, könnte das sein. Da haben wir sozusagen eigentlich schon die Datenstruktur definiert, wie so eine Lösung aussehen könnte. Was wäre das Leben eines Lebewesens in dieser Analogie? Ja, genau, das wäre sozusagen dann auch schon die Bewertung gleich mit. Also ich reise sozusagen einmal durch meine Rundreise und dann kriege ich eine Länge raus. Und wüsste sozusagen, ja, das wäre dann auch die Bewertung dieses Lebewesens. Ja, und was wäre die Analogie zu so einer Mutation, einer Veränderung von Genen? Oder ein Beispiel dafür? Ja, bitte. Genau, Sie nehmen einfach zwei dieser Städte, wie ich es vorhin gesagt habe, als Beispiel schneiden die in der Mitte auf, kopieren die zusammen oder nehmen einfach zwei Indizes innerhalb dieser Rundreise und vertauschen die. Also der wäre sozusagen der Kreativität freier, können Sie freien Lauf lassen, wie Sie das verändern. Einziger Punkt ist vielleicht, dass Sie dafür sorgen, dass wieder eine gültige Rundreise rauskommt. Ja, das vielleicht als einzige Randbedingung. Ja, aber das ist es schon, ja. Mehr Intelligenz müssen Sie da sozusagen nicht reinstecken. Ja, und wenn man das macht, ich habe es vorhin auch nochmal laufen lassen, ich habe sogar ein besseres Ergebnis noch in meiner Konsole stehen. Ich habe das mit Spark implementiert. Das sind vielleicht, ja, vielleicht sind es 100 Zeilen mit vielen Ausgaben drin. Und was man jetzt hier sieht, hier ist sozusagen die erste Rundreise, war jetzt 174.000 Kilometer. Das sind alles Städte, große Städte in Europa. Und die Evolution hat jetzt hier eine gute Lösung gefunden. Ich glaube, er bricht nach einer gewissen Anzahl von Iterationen ab und die ist sozusagen auf 31 Prozent der ursprünglichen Länge gefallen. Eben als ich gestartet habe, habe ich eine Lösung mit 25 Prozent gefunden. Und der Algorithmus läuft, so wie ich einen Moment konfiguriert habe, ein, zwei Minuten und erfinde diese Lösung. Ja, ist wahrscheinlich nicht die beste. Wahrscheinlich kann man noch eine bessere finden, aber es ist eine gute, die vielleicht einer optimalen Lösung nahe kommt. Und er listet die sozusagen nochmal alle auf. Die Städte, die Rundreise, die er sozusagen gefunden hat. Also, mein Fazit dazu ist, man kann das relativ leicht anwenden, man kann das relativ leicht implementieren und man kommt dazu zu erstaunlichen Ergebnissen. Ich habe es mit vielen anderen Problemen schon probiert. Wie gesagt, man kann auch Software damit erzeugen, man kann Programme damit erzeugen. Die möchte kein Mensch lesen, die sehen grausam aus, aber die funktionieren und sind erstaunlich robust. Und man kann es eben sehr gut auch auf solche Systeme wie Spark, Hadoop, Flink übertragen, weil das eben sehr gut mit diesem verteilten Rechnen Parallelisierung einhergeht und kann damit wirklich Probleme lösen, die von der Komplexität. Nehmen Sie bitte nicht das hier, das Problem, das ist wirklich nur zum Zeigen, damit man es gut auf Folien kriegt. Man kann dann wirklich Probleme sehr hoher Komplexität sehr gut lösen. Das war es von meiner Seite. Ich bin, wie gesagt, heute und morgen noch da und dann auch gibt es ja noch einen Workshop am Freitag. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und da werden wir das auch noch ein bisschen genauer untersuchen. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.